Da war einer Gegner. Aber ich hab ihn glaube ich noch... Ich hab ihn noch gekannt. Also da waren mindestens zwei. Jetzt schießt, schießt! Da ist noch einer. Der kommt auch hoch. Zwei verarscht. Pass auf, der dritte kommt auch. Wie sie alle unterfallen. Sie lernen auch nicht. Der dritte kommt. Also du machst jetzt 18 Leute geil. Noch einer. Es kommt noch einer. Noch einer. Es kommt noch einer. Ernsthaft? Noch einer. Es kommt noch einer. Noch einer. Es kommt noch einer. Also das müssen wir uns merken. Okay. Pappi! Wann hast du raus? Ich könnte nicht so... Hahahaha! Machst du den Hals und du stehst mir im Weg rum. Da ist doch gerade einer! Ja, auch schon. Alter, das ist so schlimm. Häh? Häh? Was? Was? Das war einfach. Häh? 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 Das ist auch so ein dreckiger Ding. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Häh? 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 Nein, ich habe keine Waffe. Ich schieße! Häh? Ihr müsst zielen! Häh? 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 Schau? Sie versucht ja nicht nach, sie trifft, sie ist genau gleich wieder... Häh? 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 Hoffentlich mich jetzt nicht setzt. Ich hab den falschen Knopf gedreuht. Wir haben so drückt! Was? Winx ist der wieder. Tick! Häh? Gut gemacht Tim! Du hast uns festgenagelt! Nein, was? Nein! Danke! Ey, das wollt ich machen! Das funktioniert tatsächlich! Wie mach ich's aus? Oh, jetzt bist du dran! Eheh! Der weiß wahrscheinlich so! Boah! Nicht getötet! Nicht nur... Was macht der denn? Der weiße Ahnung! Ich glaub es war... Ach du... Ich geh durch das neue Bett! Ab in meiner Blut! Ich glaub es war... Surprise! Oh, ich lebe wieder! Oh, ich lebe wieder! Wir müssen schon zweimal fahren? Ich seh dich! Goll! Ich seh's! Ich hör auf to! Hö! 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 Ha! Ehh! Ich schieße dieses Fenster kaputt und ab ist eine Idee. Er regnet es an der Spiegel. Da! Dieses Spiel ist so geil. Er regt halt ganz kurz durch. Da kniezt er. Wie läuft? Wie läuft, was befehlen Sie? Wie läuft? Wie laufen Ihre Befehle? Wie läuft, Befehle? Wie er so weggerannt ist. Hilfe! Na, damit hast du heute nicht geredet, mein Lord.